Moin Leute, mit dem 30. Update im BTD6 kamen viele Neuerungen hinzu und zwar unter anderem das neue Archiv mit klebrige Sache. Und um den freizuschalten müssen wir einfach 500.000 einzelne Bloons vollkleben. Und um das zu schaffen packen wir uns als erstes mal Quincy ins Team und dann starten wir eine neue Runde auf der Karte Stämme. Nachdem wir jetzt Quincy platziert haben, bauen wir direkt die erste 2-0-Bananenfarm. Runde 16 bauen wir dann den ersten Klebstoffschützen und upgraden diesen auf 2-2-0. Nachdem wir jetzt noch ein paar weitere Bananenfarm gebaut haben, fangen wir in Runde 25 an noch einen 2-3-0-Bombentower auf Stärkster zu bauen und dann noch vor Runde 40 einen 4-2-0-Klebstoffschützen. Jetzt gucken wir noch, dass wir vor Runde 60 den Klebstoffschützen auf Stufe 5 upgradet haben und können dann erstmal weiter Marktplätze und Zentralmärkte bauen. Damit wir auch wirklich jeden einzelnen Bluten vollkleben, bauen wir jetzt noch weitere Affendörfer auf 2-2-0 und dann bauen wir da drumherum ganz viele 4-2-0 und 0-3-2-Klebstoffschützen. Nachdem wir jetzt den Bombentower auf Stufe 5 upgradet haben, folgen noch die anderen 5er-Klebstoffschützen. Jetzt bauen wir einfach noch einen Mad- und Permanenzstacheln, welche wir übertakten, plus ein paar Sniper, die wir auf Stärkster stellen. Am besten baut ihr jetzt noch eine fliegende Festung und vielleicht einen 0-2-5-Mörser und ein paar andere Damage-Tower, die ihr auf Stärkster stellt, wie zum Beispiel den 5er-Boomerang-Affen und danach schafft man es auch locker bis Runde 160 oder 180. Das Ganze müssen wir jetzt 2-3 Mal wiederholen und wieder so lange spielen, bis wir bei Runde 160 bis 180 angekommen sind und dann haben wir den Erfolg auch schon freigespielt und können uns den einfach im Hauptmenü abholen.